I'm not dare! Bichkistloser Shirin, spektakuläres Bikini-Selfie, einfach unglaublich, wie dünn sie geworden ist The bichkistloser Candidatine Shirin, 34, hat in der Saat 1 Abnehmshur als einzige Frau das Finale erreicht. Die nur 155 cm große Zahnärztin war mit 90 Kilos gestartet und hatte bis zum Ende stolze 36,3 Kilos verloren. Nur Gewinner Saki, 40, hatte sie mit fast 95 verlorenen Kilos geschlagen – er hatte sich beinahe halbiert. Doch die 34-Jährige scheint weiter an ihrem Körper zu arbeiten. Auch ohne die strikte Aufsicht der Fitnesstrainer, die während der Show Ernährung und Sport koordinierten, hält sie ihre Figur. Ja, sie hat sogar noch weiter abgenommen, wie an ihrem jüngsten Instagram-Bikini-Selfie aus dem Marokko-Urlaub zu sehen ist. Zu wenig Glitzer im Leben. Dazu schreibt die Zahnärztin, auf dem Boden der Tatsachen liegt eindeutig zu wenig Glitzer. Manchmal sollte man das leben und sich selber nicht allzu ernst nehmen. Oft reicht es aus, wenn man einfach versucht, mehr zu lächeln, optimistisch zu bleiben und nicht aufzugeben. Ansonsten hilft immer noch eine kleine Dosis Glitter im Leben. Doch ihre Fans lieben nicht nur ihren philosophischen Spruch, sondern auch ihren spektakulären Körper. Wo? Würde es auch gern schaffen, so einen Bikini-Body zu haben, schreibt eine Followin. Es scheint, als habe Shirin mit ihrem Schnappschuss im Bikini wieder einmal die Herzen ihrer Fans erobert – denn wer sich innerhalb von nur sechs Monaten so neu erfindet. Und es auch noch schafft, einen neuen gesunden Lebensstil beizubehalten, hat wirklich all unseren Respekt verdient. Die Zahnärztin 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 Bis zum nächsten Mal.